Hallihallo, lieber neuer LR Partner, wir möchten uns ganz kurz bei dir vorstellen. Schön, dass du dich für die LR Produkte interessierst, dich dafür entschieden hast, das mal auszutesten und ja, ich bin der Frank Helmle und das ist meine Frau Deborah. Wir kommen hier aus Titis in Neustadt beziehungsweise Breitnau bei Titis in Neustadt im Hochschwarzwald und sind schon ganz lange dabei. Also ich bin jetzt fast 20 Jahre bei LR, bin Gold-Organleiter, wir sind so gerade auf dem Weg zum Platin-Organleiter und ja, finde es einfach total klasse, dass du die Produkte mal austesten möchtest. Mittlerweile haben wir eine kleine Familie mit zwei Töchtern, mit zwei Mädels und ich weiß, ob das vielleicht auch schon weißt, man kann, weil er natürlich die Produkte nutzt zum Einkaufspreis. Man kann aber, wenn man wirklich auch spätestens, wenn die Leute so eine eigene Herzenserfahrung mit unseren Produkten, ich sage immer Stichwort Darmstoffwechselkur, wenn da Erfahrungen gemacht wurden, dann empfehle ich eigentlich die meisten, die Produkte automatisch schon irgendwo weiter. Falls dich das Thema irgendwo auch interessiert, dann ja, dann weißt du, warum wir seit so vielen Jahren begeistert sind und ja, nicht nur Eigenbedarf machen, sondern wir haben einfach angefangen mit dem Teamaufbau und sind mittlerweile seit viele, viele Jahre ja, absolut dankbar über die Möglichkeit, dass wir einfach ein Familiengeschäft über das Thema LR, ja, uns aufbauen durften. Und magst du vielleicht noch was zu dir kurz erzählen? Also ich bin gelernte Industriemechanikerin, mache den Beruf schon seit über 20 Jahren und als unsere Töchter dann unterwegs waren, beziehungsweise die Erste, konnte ich einfach zu Hause bleiben, war jetzt insgesamt sechs Jahre zu Hause und habe die Zeit sehr genossen als Mama und einfach Zeit zu haben, mich um die Mädels zu kümmern. Und jetzt arbeite ich seit einem halben Jahr wieder in meinem alten Beruf, weil ich einfach Lust drauf habe, weil es mir Spaß macht und ja, ich arbeite in Schicht, zwölf Stunden die Woche, aber die Zeit, wo ich dann bei der Arbeit bin, ist der Frank einfach für die Mädels da und es ist mega toll, dass wir sie nicht irgendwie fremd betreuen müssen und ja, dass wir einfach beide Zeit haben für unsere Kinder. Das ist schon cool. Also das ist einfach, ja, es steckt so viel Potenzial, so viele tolle Möglichkeiten stecken im LR-Geschäft. Also nicht nur die Produkte, die sind natürlich großartig, aber es ist noch viel mehr. Und falls dich das Ganze interessiert, dann kannst du gerne uns natürlich ansprechen. Und ansonsten, wir haben mittwochs auch immer einen Team-Call, wo wir so ein bisschen uns austauschen über Tipps, über Produkterfahrungen, Produktthemen. Das ist immer das Spannendste überhaupt. Also vielleicht auch mal einen kleinen Tipp dazu. Ihr könnt in unsere Telegram-Kanäle mal reinkommen. Ich schicke euch den Link hier direkt mit. Und da haben wir zum Beispiel die Produkt-Info-Gruppe, wo man, wenn man Frage hat, bei welcher Krankheit benutze ich denn welches Produkt oder wie ist meine Dosierung oder gibt es vielleicht schon Erfahrungen dazu? Könnt ihr alles dort finden. Ihr könnt direkt danach Such auch in die Suchfunktion. Ihr könnt in unsere Produkterfahrungsgruppe reinkommen, wo ganz viele Produkterfahrungen ja von zufriedenen, glücklichen, dankbaren Kunden und Partner sind. Das ist wirklich hochinteressant. Guckt da mal rein. Oder unseren Austauschkanal in der Basisgruppe, wo wir so ein bisschen Infos austauschen. Also alles kann, nichts muss. Ihr könnt also einfach mal reinschnuppern und fühlt euch herzlich willkommen. Magst du noch irgendwas sagen zum Schluss? In Wirklichkeit bin ich gar nicht so groß. Eigentlich bin ich so klein. Ich stehe hier auf der Stufe. Also gut. Jetzt ist das auch raus. Also herzlich willkommen bei uns im Team. Bis ganz bald. Mach's gut. Ciao. Tschüss. Tschüss. stor